Morgen, hallo und willkommen zurück zu Dinkum. Sorry, dass ich gestern keine Episode mehr rausgehauen habe. Ich bin gestern einfach zu spät nach Hause gekommen, war es kaputt. Da ging leider nicht mehr so viel. Dann werden wir mal gucken, dass wir heute Morgen ganz schnell noch was schaffen, dass ich die Episode noch raushauen kann für euch. So, gucken wir mal. Hey, Clover. Wo waren wir denn stehen geblieben? Was können wir denn noch machen? Wir können doch so viel machen, ne? Hey, Oren. Wir könnten hier noch ein bisschen was verschwören. Hier haben wir ja die Klamotten hingestellt. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir das kombinieren würden mit Threadspace. Vielleicht. Threadspace ist aber auf der anderen Seite. Hm, ich bin doch noch überlegen, wie wir das machen können. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Da haben wir eine Attackerbox. Wir müssen doch einmal die Weihnachtsdeko hier abbauen. Die Zeit ist ja erstmal vorbei. Wir sind ja im August hier schon. Müssen wir gucken. So, wir gucken erstmal nach Aufträgen. Ähm, Material brauche ich noch. Wir müssen da hinten mal noch den Airport fertig kriegen. Das ist so eine neverending Story, habe ich das Gefühl. Wanna trade? I have a shirt shirt. I don't want anymore. I'm willing to trade my other clothing for it. If anyone is interested, please come see me. Ein shirt shirt. Ich glaube, shirt shirt habe ich schon. Müssen wir nachgucken. Buschdäbel. Der Buschdäbel mal platt. Wanna trade? Black Plate Dress. Ein Dress brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay. Das heißt, wir können den Alpha da platt machen. Morgen, Rain. Den Alpha können wir platt machen. Und wir haben heute Montag. Okay. Das heißt, wir können nochmal zu Franklin gehen. Hey, Franklin. Was ist das denn tolles, neues? Das heißt, ein Bullplamp haben wir, glaube ich, schon, ne? Ne, habe ich noch nicht. Okay, ja, damit. Dankeschön. Mach's gut. Eine Bullplamp haben wir noch nicht gehabt. Okay. Den Alpha kann man da wegpacken, sehe ich gerade. Da bin ich weggeräumt. So. Der kommt hier erstmal rein. Die Helme kommen hier wieder rein. Ich laufe auch mal mit dem Helm rum. Fällt mir gerade so auf. Den müssten wir laden, tatsächlich. Den können wir da reinpacken. So. Okay, wir müssen Flammageten noch. Ja, dann. Machen wir Fleisch noch. Das könnte drüben hin. Wir können eigentlich mal Essen wieder zurückpacken. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Fischen müssten wir ja auch mal wieder bei Gelegenheit, ne? Oh, ich muss noch die Tee entgucken. Fällt mir gerade so ein. Oh, oh. Ne, das ist zum... Ich will da hin. Kann ich da was wegräumen? Ne, ich glaube nicht, ne? Die können wir da reinräumen. Können wir da reinräumen. So, dann haben wir ein bisschen Platz. Das ist eine Zwille. Die können wir auch mal wegpacken. Oder verkaufen. Wie viel haben wir denn davon? Ich glaube, wir haben davon zu viele. Ach, wir haben davon zu viele. Komm, die kommt hier in den Container. Pink Polka-Pants. Okay, nehmen wir die mit. Dann lassen wir das dann. Packe ich jetzt mal... Ne, das nicht. Die packe ich jetzt mal da rein. So, okay. Gehst du mal, die Frau und was anderes haben? Das Essen habe ich jetzt nicht zurückgepackt. Dass wir wieder Platz kriegen im Moment. Und dann... Ja, wir müssen mal schauen. Ich würde gerne endlich mal die Flugbahn fertig kriegen, ne? Die Flug- und Landemann. Dass wir da endlich mal ein bisschen Platz haben. Und dann... Warum mal Steine? Dann haben wir Steine gesammelt. Warte mal. Doch, haben wir eigentlich das letzte Mal, ne? 35 Steine? Okay, das haben wir nicht gesammelt. Das ist ein bisschen wenig. 35 Steine können wir nicht viel mit anfangen. Dann müssen wir echt auf Steinjagd gehen. Na gut, dann machen wir den Eiferplatt und sammeln Steine. Mal wieder. Dünger, Dünger, Dünger. Wo packe ich Dünger erstmal hin? Wo habe ich Dünger gelagert, irgendwo? Drüben. Mein Garten. Müssen wir da reinkommen. Hier. Gar nichts mehr drin, ne? Okay, nehmen wir das da rein. Kisten können wir da drüben noch aufbauen. Da brauchen wir für Klamotten, glaube ich, noch Platz, ne? Oder? Ich glaube ja. Die wollte ich, glaube ich, da hinpacken. So, ja, müssen wir es mal hier instellen. Ist mir egal. Da. Stimme da ist, wenn sie so passt. Dann habe ich die auch weg. Alpha Map. Wo ist Mr. Alpha? Da ist Mr. Alpha. Das kommt da ganz gut. Da hinten will ich sowieso hin. Hammer, Hammer. Achso, wir haben nichts zu futtern. Warte mal. Bevor wir hier gleich drauf gehen. Das wäre nicht so geil. Haben wir noch was Kampfmäßiges? Habe ich jetzt natürlich weggepackt, glaube ich. Ich glaube, die... Uäh. Da geht schon los. Die Gelatine kann ich noch mitnehmen. Oder Art 6 Böses, was? Kommt direkt ein Koko aus dem Gebüsch hier, beziehungsweise aus dem Wasser. Ich glaube, den habe ich mitgenommen, ne? Ne, das ist für... Kampf hier. Prime Rose. Gib mal 2. Wir brauchen gleich... Wir essen gleich eins. Dann machen wir gerade das Koko da platt. Das geht nicht hier in der Stadt. Wir müssen das zumachen. Das ist blöd. Ich fühle hier nicht, dass meine... Gormädie Koko... Jetzt ist aber Schluss hier. Ich fühle hier nicht, dass meine... Äh... Besucher oder so gebissen werden. Das kommt nicht gut. Okay. Dann gehen wir zum Alpha. Wir kloppen mal wieder Alpha. Haben wir was anderes zu tun? Das war schon überleert, dass wir Alpha geklopft haben. Und dann... Der Buschdebel. Da müssten wir, glaube ich, ein Auge kriegen, ne? Muss ich mal gucken. Und dann... Wo noch Steine? Dass wir hier endlich mal die Fahrbahn fertig kriegen. Guck mal hier. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das muss nur mal breiter werden. Und der muss wahrscheinlich einen Tucken weiter hier rüber, dass wir hier noch was hinbauen können. Müssen wir mal schauen. Ich werde auch mit dem Luftschiff, den ich so wieder losfliegen wollen. Das heißt, wir brauchen... Unglaublich viel Geld. Das ist schon markiert. Da will ich hin. Ich wollte gerade direkt hin porten, aber das geht ja gar nicht. So, wir wollen die erstmal umgehen. Weil die lasse ich liegen. Wobei, wir müssten ja immer wieder sammeln für ein bisschen Geld, ne? So, Mr. Alpha. Wo sind sie denn? Auf der anderen Seite der Insel, wa? Ich höre Musik. Aber ich sehe nicht... Oh, ey. Oh, hey. Oh, das war jetzt knapp. Da wollte er schon wieder zubeißen. Oh, jo, 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 jo. Au. Jetzt brenne ich. Jetzt machen wir Ende hier. Ende Gelände. Ein heißer Typ. Jetzt muss ich jetzt schnell löschen. Okay, es ist schon zu spät. Ich wurde schon gelöscht durch mich selber. Okay. Das war's. Alpha erledigt. Ich muss... Ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Kamera-Eingel war schon wieder vermurkst. Ich habe mich schon gewundert, was hier los ist. Japanisch auf alle Knöpfe gedrückt hier unten. So. Okay, dann können wir jetzt der langweiligen Version nachgeben. Wir brauchen Steine. Hier ist der perfekte Ort. Hier, hier. Steine ohne Ende. Die Tasmanische Teufel lassen wir liegen. Beziehungsweise Buschdebbelt. Ich sage mal Tasmanische Teufel. Ich weiß auch nicht. Von der alten Zeitregel-Serie. Da denke ich immer an die Tasmanischen Teufel. Muscheln gibt es hier ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es dafür auch eine Errungenschaft gibt. Hier, du hast 5000 Muscheln gesammelt oder so ein Blödsinn. Wahrscheinlich schon. Ich gehe mal querfält ein, weil es kürzer ist. Habe ich schon alle Steine hier weggerockt? Ne, da drüben sind noch welche. Da sind ja noch welche. Guck mal, hier muss ich mal ein bisschen was mitnehmen. Problem ist nur, ich muss meinen Hammer wieder hier aufladen. Mein Jackhammer. Damit wir wieder was zusammenkriegen. Ich muss auch mal gucken, dass wir mal noch ein paar Tiere zusammenkriegen. Hier, die wir noch suchen müssen. Dass ich das Pedia mal langsam vollkriege. So, wie viele Steine nehme ich mit? 100? Reichen 100? Bestimmt nicht. Aber ich nehme erst mal 100 mit. Ich weiß, es wird jetzt nochmal eine dröge Episode heute. Aber wir gucken mal. Weil ich würde jetzt das Feld endlich gern fertig kriegen da. Damit wir das abgehakt haben. Dann müssen wir noch irgendwie, ich weiß nicht, Gitter haben wir da. Aber puh. Obwohl Tinnen haben wir genug, glaube ich. Ich gucke mal nach. Dann machen wir das, spüren wir das Geländer ein bisschen großzügig ab. Wahrscheinlich werden da Jackaroos rumlaufen nachher auf der Landebahn. In der Startbahn. Aber ist ja egal. Ist ja cool, wenn es nachher noch so Deko-Gebäude geben würde. Hatte ich ja schon drüber gesprochen in der letzten Episode. Vor der letzten Episode. Ich habe es schon wieder vergessen. Das kommt, weil ich zwischendurch immer keine Zeit habe zum Aufnehmen. Und immer nur aufnehmen, wenn ich kann. Um es dann rauszuhauen. Aber in der letzten Zeit mache ich das aktuell. Da müsste ich es normalerweise eigentlich wissen. Aber ich habe immer noch so viele andere Sachen um die Ohren im Augenblick. Das wird sich auch wohl noch eine Weile hinziehen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber guck mal. Ich will ja auch etwas Neues noch ausprobieren. Ein paar neue Games. Ich weiß noch nicht, wie weit wird das hier zocken. Mal gucken. Wir haben aber noch längst nicht alles gesehen, glaube ich. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Da können noch ein paar Episoden dazukommen. Das ist gut, wahrscheinlich. Ich bin mit einer Stadt, die aber noch nicht fertig ist. Und es fehlen ja immer noch vier Bewohner, glaube ich. Mal gucken, was sagt man Pedia? Warte mal. Escape. Nein. Escape. Pedia, Pedia, Pedia. Pedia. People. Ne, zwei fehlen nur noch. Okay, jetzt fehlen uns noch zwei Leute. Wir müssen hier auch noch ein bisschen hochkriegen. Guck mal hier. Wir kriegen die nicht ganz voll, wenn wir mit denen nicht genug interagieren. Aber die haben wir schon ziemlich weit. Max haben wir noch kennengelernt. Stimmt. Das war hier die Fish Competition. Da müssen wir mal gucken. Da ist noch ein bisschen was zu tun, ne? Also bei Rain, John, Franklin, Clover, Fletch, Irwin, Theodore. Also im Grunde genommen die, die ganz am Anfang da waren. Da haben wir die Herzen schon so weit, dass sie da stehen geblieben sind, habe ich das Gefühl. Das heißt, müssen wir mal mehr interagieren. Milburn haben wir auch schon ziemlich weit jetzt hier. Milburn und Shayla. Die könnten wir ja auch mal gucken, dass wir die weiterkriegen. Und Melvin. Das sind ja noch die drei, die da nachgekommen sind. Julia ist natürlich nicht so oft da, wegen Competition und so. Und Max wird auch ein bisschen schwieriger. Genauso wie Tedzeli. Wobei Tedzeli immer da ist, wenn es regnet eigentlich. Und kein anderer zu Besuch kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gucken wir mal. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Die liegen noch sterben rum. Wieso habe ich die nicht mitgenommen? Ich will jetzt gleich noch ein bisschen was klopfen hier. Mal gucken, dass ich die Episode noch irgendwie rausgehauen kriege nachher. Ich muss mal schauen. Wie gesagt, das ist ein bisschen unbeständig in meinem Upload leider, weil ich mir das so viel umgegangen habe. Ich will heute eigentlich noch ein bisschen weiter räumen mit meiner Bude hier. Ich muss mich ja noch einrichten. Ich bin ja umgezogen, aber ich stehe hier immer noch in der Kartonkenlandschaft. Das ist nicht so geil. Die Möbel, die stehen jetzt langsam fast alle. Oder Regale. Wir haben jetzt Zeit, dass jetzt mal ein bisschen was eingeräumt wird. Putzen, einräumen. Das ist hier mal ein bisschen Ordnung. Wieder ein Camp, ein bisschen Ruhe. So, wie viele Steine kriegen wir hier aus? Ich hoffe ordentlich. Man müsste so ein Accessoire haben, dass da mal so, woop, alles mitgeht direkt. Okay, da drüben ist noch ein Haufen. Wie viele haben wir jetzt? 115. Wir haben schon mehr als 100. Okay. Na dann. Ich komme ja gleich wieder zurück. Ich will noch ein bisschen was basteln. Und dann muss ich mal überlegen, wie wir das machen. Ich müsste eigentlich noch mal umsetzen. Aber wir haben nicht so viel Kohle. Das heißt, wir müssen ja Kohle sammeln. Ich glaube, das reicht. 123 passt schon. Wo müsste ich jetzt hin? Da lang? Ich glaube ja. Haufe ich mal. Angeln wollte ich noch mal gehen. Zwischendurch, siehst du, da hatte ich noch was vor. Habe ich auch vergessen. Mir fällt gerade auf, ich habe total die breiten Schultern hier, wenn ich das Ding trage. Guck mal. So, äh. Sieht ein bisschen aus wie ein Michelinmännchen, hätte ich beinahe gesagt. Das Michelinmännchen aufhört, aber das müsste weiß sein. Das wäre cool, wenn man Klamotten auch färben könnte. So, wir gehen zurück. Dann basteln wir da gerade noch ein bisschen. Und dann, äh, die Episode ist eigentlich schon wieder rum. Mann, ich habe nichts geschafft eigentlich. Ich muss die halt immer noch kurz halten. Weil ich bin gleich schon weg. So. Muss mal schauen, wie ich das mache. Eigentlich müsste ich heute Abend ja... Sagen wir mal zurück. Äh. Die Nomads-Keyle-Episode raushauen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Dann müsste ich die morgen raushauen. Auch morgen Vormittag. Dann ändert sich das ein bisschen. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. So, ähm, wir müssen jetzt mal eine Runde grinden. Den können wir aufladen in der Kamera. Der ist ein bisschen lädiert. Der Helm müsste aufgeladen sein. Und dann gucken wir mal. Dann haben wir das Flugfeld hoffentlich endlich fertig. Hoffe ich zumindest. Ja, Strat-Space bin ich überlegen. Ich müsste eigentlich die Klamottenkisten da hinstellen in der Nähe. Weil das wird thematisch gleich gut zusammenpassen. Da bin ich halt immer legen. So, dich legen wir da hin. Und wir grinden eine Runde. Wir brauchen wahrscheinlich eine Menge, ne? Dann grinde ich mal, ja, weiß nicht, 30. Erstmal. Und dann gucken wir weiter. So. Okay. 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 Jetzt habe ich ein bisschen mehr gebrannt. Aber ist egal. Passt schon. Ich hoffe, wir haben noch genug Material übrig. Klub, klub, klub. Okay. So, wir brauchen Asphalt. Ohne Ende Asphalt. 42. Ich glaube, so viel brauche ich dann doch nicht, oder? Wobei, es ist ziemlich breit. Ich hätte 80 gemacht. Das hat nicht mal ansatzweise gereicht. Machen wir mal 160. Machen wir mal 160. Ich wäre toll, wenn man sagen könnte, machen wir mal so viele Stacks. Oh je. Wahrscheinlich wird das auch nicht reichen, oder? Da könnte ich gleich nochmal gucken, wie viel ich bräuchte für Zaun. Wir müssen das Ganze ja abzäunen. Das muss ja alles authentisch sein. Okay, ich habe zu viel gemacht. Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Ich habe so hier Zaun. Haben wir nur den Zaun? Vier Tin Sheets. Tin Sheets sind natürlich nicht billig. Aber wir haben, glaube ich, ziemlich viel Tin, oder? Ja, wir haben ein bisschen Tin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, dann gehen wir rüber. Und, warte mal, das ist jetzt mal alles weg. Hier, zack, 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 zack. Mehr Asphalt. Es muss alles zugeteert werden. So. Ich würde auch gerne mal ein paar Baumaschinen demnächst besorgen. Das heißt, wir müssen mal ordentlich Kohle scheffeln hier. Den Alpha können wir übrigens so abgeben. Ich kriege noch ein bisschen Kohle. Der Auftrag ist erledigt. Ich weiß aber gar nicht, wer den gegeben hat. Hey, Sarah. Sarah? Nee, Sally. Ich komme gerade durch die Hunde nach. Fals Spiel. So. Wollen wir denn unsere... Da. Unseren Streifen. Stopp 160 wird auch nicht reichen. Oh, oh. Flipp, 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 flipp. Wie breit habe ich das gemacht? Drei breit? Ja, drei breit. Okay, dann müssen wir es hier auch drei breit machen. So, und dann da lang, ne? Flipp, 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 flipp. Bis dahin. Und das Ganze wieder zurück. So, da geht auch nicht. Da geht auch nicht. So. Na, wir haben noch ein bisschen. Ich hoffe, das reicht. Okay. Sieht noch nicht optimal aus, aber... Wir kommen weiter. Vielleicht reicht es sogar. 75? Doch, das könnte reichen. Ich glaube, wir kriegen das hin. Einen noch. Okay, das geht bis an die Ecke. Uff. Okay, das ist ein bisschen eng hier. Wir müssen die Flugzeuge, wollte ich schon sagen, die... Ja, wir haben mehr als genug. Das reicht. Okay, die Säge haben wir hier. Alles weg, was nicht da sein soll. Die Bäume hier müssen wir auch ein bisschen cutten. Müssen wir ein bisschen authentischer abwischen, ne? Wobei, wir haben hier Luftschiffe. Das ist nicht mehr ganz so schlimm, normal. So, das noch weg, das noch weg. Okay, Spitzhacke bräuchten wir tatsächlich hier für die Steine. Kriegen wir jetzt noch nicht ganz fertig. Mist. So, das geht weg. Das geht weg. Glidien weg. Okay. Dann haben wir das alles weg hier. Dann haben wir wieder was geschafft. Ist auch schon wieder spät jetzt. So, dann nehmen wir einen mit. Mit, 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 mit. Okay. Da können wir noch ein bisschen was wegnehmen. An der Seite, würde ich sagen. Dass hier ein bisschen frei ist. Hier so, ne? Okay. Das sollte reichen. Oder? Nehme ich den auch noch weg? Ja, komm, wir nehmen den auch noch weg und pflanzen den neu. Wir können den neu pflanzen. Okay. Dann platzen wir den ein bisschen weiter weg. Das nehmen wir alles mit. Zack, zack, zack. Die wird natürlich ein bisschen eng. Das gefällt mir eigentlich nicht ganz so toll. Na, mal gucken. Dann haben wir das Flugfeld fertig. Und Zäune noch ran. Eingangsbereich noch ein bisschen schick machen. Und dann ist der Airport fertig, würde ich sagen. Aus meiner Sicht. Okay, die Kacke liegt natürlich auch schon auf dem Feld. Na toll. So. Da wollte ich auch noch ein bisschen besser und so rein machen. Die Löcher können wir noch ein bisschen fixen hier. Ja, mit der Umzäune wird ein bisschen doof hier an der Stelle. Das wird ein bisschen eng. Aber gut, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. So, das haben wir gemacht. Hier noch. Hier noch zwei. Dann noch einer. Ja, dann haben wir das, ne? Oder machen wir es ein bisschen länger. Ich habe ja noch so viel über. Ja, ich will aber eigentlich nicht mehr so viel machen. Ich glaube, wir heben das auf. Das muss reichen. Das lassen wir so. Ist lang genug. Vielleicht nehmen wir das für die Parkplätze vor. Dann machen wir so zwei Parkplätze hin hier. Okay. Das ist also das Flugfeld. Jetzt endlich fertig. Ist auf die Steinstelle da. Dann muss ich noch zwei Dinger machen. Aber dann ist es fertig. Ich habe jetzt keine Spitzsacke hier, ne? Ne. Gucken wir mal. Kriegen wir aber hin. So, Flugfeld ist erledigt. Und jetzt... Ich weiß gar nicht, was hatten wir denn noch alles? Erstmal nichts mehr, ne? Ne. Na gut. Dann soll es das immer gewesen sein. Ich räume jetzt erstmal auf hier gerade. Beziehungsweise räume das auch gerade weg. Und muss mich beeilen. Dann darf ich das für euch gleich noch schnell hoch. Und dann... Könnt ihr hoffentlich nachher gleich direkt gucken. Hoffe ich mal, dass alles gut geht. Ja, und wie gesagt. Heute Abend muss ich schauen. Ich weiß nicht, ob ich... ...neu mal jetzt gar raushauen kann. Ich gehe erstmal nicht davon aus. Also jetzt alles wieder ein bisschen verschiebt. Hey Franklin. Aber schon. Ich würde das hier gerne wieder ein bisschen up to date haben. Hier auch ein bisschen zeitig up to date. Dass es hier genau passt, wie es sonst war immer. 18 Uhr und 20 Uhr. Aber... Ja. Das ist immer nur so eine Sache. So, das geht da rein. Gebautes. Kommt hier noch rein. Aber ich hoffe, ich habe bald mal wieder ein bisschen Ruhe. Und dann... ...sollte das hoffentlich wieder gehen. So, was haben wir jetzt hier noch? Das muss noch weg. Und dann habe ich hoffentlich alles. So, zu dieser Chili-Musik. Essen habe ich noch. Mist. Habe ich das da noch rein. Aber dann haben wir wirklich alles aufgeräumt. Dann bin ich wieder... ...wieder empty hier. Siehste. Okay. Passt alles? Wir haben schon länger gemacht. Wir haben 25 Minuten. Holy Moly, ey. Ne, ist doch schön mal wieder ein bisschen reinzukommen. Das dauert halt ein bisschen länger, aber ist schon okay. So. Na gut. Dann soll es das mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen chillen. Ich auf jeden Fall. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.